Etwas hatte den mäuserig Picandou Camembert-Saint-Albray unsanft aus den schönsten Käseträumen gerissen. Er setzte sich verschlafen in seiner Sardinendosen-Couch auf und sah sich um. Es war ziemlich dunkel, und nur der matte Schein der Straßenlaterne warf einen schmalen Strahl in die Höhle unter der Kellertreppe. Picandou spitzte die Ohren und lauschte. Oben im Feinkostgeschäft war es mucksmäuschenstill, und in der Ferne schlug die Kirchturmuhr. Picandou zählte mit. Eins, zwei, drei. Drei Uhr also. Frau Fröhlich und Margarete mussten schon längst nach Hause gegangen sein. Was aber hatte ihn geweckt? Picandous Blick wanderte noch einmal suchend durch die Höhle. Alles war so wie immer. Auf dem Schwammbett schmatzte der Hamster Bertram von Backenbart und träumte wahrscheinlich von Kohlsalat und Moorrüben. In der anderen Sardinendose, die auch zur Couch-Garnitur gehörte, schnarchte und pfiff die Kneipenmaus Pomme de Terre, und direkt neben Picandou lag Gruyère, zusammengerollt in einer Camembert-Schachtel. Ihr hübsches rosa Näschen zuckte, und sie lächelte im Schlaf. Ob die schöne Ratten-Dame vielleicht vom Müllsack träumte, der sie gleich im Innenhof erwartete? Picandou betrachtete sie liebevoll. Dann schloss er wieder die Augen und ließ sich zurück in seine Dose und in seine Käseträume sinken. Kaum war er wieder eingenickt, da begann es von Neuem. Es war das gleiche Schaben und Klopfen, das den Mäuserich schon beim ersten Mal geweckt hatte. Diesmal war er sofort hellwach. Das Geräusch kam eindeutig aus dem Kellerraum. So leise wie möglich hiefte er sich aus seiner Dose und trippelte auf Krallenspitzen zum Hülleneingang. War etwa ein Einbrecher in den Keller eingedrungen? Picandous Herz klopfte auf einmal heftig, und er bekam ein mulmiges Gefühl im Magen, denn der Gedanke gefiel ihm überhaupt nicht. Vorsichtig, sehr vorsichtig, spähte er hinaus. Das fahle Licht der Straßenlaterne schimmerte durch das Kellerfenster und warf einen matten Schein auf das Waschbecken, das an der rechten Wand hing. Von dort aus führte Picandous Geheimgang durch ein Abflussrohr in den Innenhof, wo der beste Müllsack der Welt auf ihn wartete. Picandous Magen meldete sich heftig bei dem Gedanken daran. Aber dafür war jetzt leider keine Zeit, denn plötzlich hörte er wieder das leise Klopfen und Schaben. Picandous Nackenhaare sträubten sich. Das Geräusch schien von Frau Fröhlichs Schreibtisch zu kommen. Er spähte nach oben. Papiere stapelten sich unordentlich aufeinander, denn Frau Fröhlich war keine gute Geschäftsfrau. Sein Blick glitt noch etwas höher, und da wusste er, wo das Geräusch herkam. Vom Kellerfenster. Es lag direkt über dem Schreibtisch, und vor der staubigen Scheibe schien sich etwas zu bewegen. Picandous lehnte sich vor, kniff die Augen zusammen und versuchte zu erkennen, was das war. Picandous lehnte Musik Vielen Dank.